Es nimmt mittlerweile wirklich groteske Züge an, was bei der FPÖ alles skandalisiert wird. Man muss sich vor Augen halten, was ist eigentlich Sache? Die FPÖ Wien hat sich im Jahr 2008 die Frage gestellt, wie sie ihre Rücklagen mündelsicher veranlagen kann. Man hat den Weg gewählt, seine Rücklagen in Gold anzulegen. Und man muss sich auch die Frage stellen, was wären damals die Alternativen gewesen? Eine Bank nach der anderen hat gekracht, ein Aktienindex nach dem anderen ist abgestürzt und am Ende wäre vielleicht noch die Option gewesen, in griechische Staatsanleihen zu investieren. Aber ich denke, auch das wäre ein eher nicht optimaler Weg gewesen. Das heißt, man hat das einzig Richtige gemacht, wenn man verantwortungsvoll mit seinem Geld umgeht. Man hat in Gold investiert und wenn man sich die Entwicklung des Goldpreises von 2008 bis heute ansieht, dann würde ich auch sagen, es war absolut der richtige Weg. Grundsätzlich ist es ja schade, um die Zeit, die Frau Kollegin Meindl-Reisinger näher zu kommentieren, aber nichtsdestotrotz nehmen ihre Aussagen ja mittlerweile pathologische Züge an. Gerade die Neos als Wirtschaftspartei sollten verstehen, warum man in Krisenzeiten genau dieses Investment gewählt hat. Aber nichtsdestotrotz sollte man auch die Frage stellen, warum es gerade die Neos sind, die nie mit ihrer Parteiförderung auskommen. Im Gegenteil, sie brauchen immer wieder Geldspritzen von ihrem Oligarchen Hans-Peter Haselsteiner, der hier tatkräftig mit Spenden unter die Arme greift. Also ich denke, man sollte hier die Kirche im Dorf lassen und ich werde das auch nicht mehr weiter kommentieren. Also ich denke, man sollte hier die Kirche im Dorf lassen.